To GTA mit den ganzen Vögeln, dessen Liste ich jetzt hier gerade nicht sehe, es ist, Moment, es ist Adalu, McFly, Anne, Shiro, Kunwan, Sachse, Good Gaming und Manus. Hallo. Hi. Hallo. Ich bin hier eben schnell durchgewattert. Hey. Habt ihr alle Wendanzüge an? Dankeschön. Natürlich, sonst ist man nicht so schnell. Sonst ist normalerweise bei den Autos auch ein Drift-Temper dabei, bei den Sportwagen, bei den normalen. Boah, der war dieses Mal nicht dabei. Da war ein Cooler-Buy, irgendeiner mit M, wo Ray sein Klammern stand, der war zu. Wer hupt hier ständig? Dalu, du Cockblocker, fahr deine rote Schüssel weg. Anne. Echla, aufhören. Warum? Nein, nicht, 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 nicht. Hass, Hura, Hass. Hura, Hass, Leid. Dreckschwein war das schon wieder. Und dann steht sie hier in den Autos. Was soll ich machen? Alter, das macht er. Achso. Das ist schön. Voll die Beach-Party hier. Hey, Ante! Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Oh, nein. Oh, Mädels. Shit. Oh Gott, vorfügt, ich hasse das. Wer ist Zweiter? Wer ist Zweiter? Nils ist Zweiter. Aber gleich bin ich Zweiter. Ich bin dann hier vorbeigegangen. Ja. Irgendwer ist mir reingekommen. Hör auf da, du. Fuck, vielleicht. Vorsicht, Vorsicht. Ja, ich musste gerade ein bisschen... Du bist so ein Assi, ey. Ah, 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 ah. Oh, Leute, aber gerade so in die Röre rein. Oh, Gott. Oh, das Wasser ist hier ja voll näherfähig drin. Ich empfehle den meisten Leuten, die mal sagen, geh weg, einfach selber auszuweichen. Oh, nein. Oh, das Wasser. Du kamst so quer, da ging ich dran vorbei. Man, die Map ist... Kacke. Nein. Mal was anderes. Wir haben Maps fahren, die wir noch nicht hatten. Ich finde die Map voll cool eigentlich. Ist auch wieder eine andere Idee. So... Du, das ist eigentlich witzig mit dem Wasser auch. Wenn mir das gerade echt so ein Schriftückdelten gemacht hat. Ich bin ja sowieso so ein Meerbewohner. Ach so. Hast du auch Schwimmflossen? Er ist mit Fly. Er ist mit Fly. Wie kannst du ein Meerbewohner sein? Fliegende Fische? Okay, makes sense. Make sense. Fuck it, Sachse. Wir fährten hier ein pinkes Auto. Das ist dann in der Pool. Das war fies. Das war sehr fies. Nicht gegen die Wand. Nicht genau auf. Greif im Stapel. Fuck off. Ey, was denn das hier? Nee, frech sowas. Verfiss dich. Verfiss dich. Auch wenn nur, dass das Wasser wieder den Strich durchgerechnet macht. Das würde sogar passieren. Och komm. Als. Als. Hopp ey. Ja, teilweise scheint das Wasser ein bisschen random auf der Straße zu steigen. Ja, natürlich ist es halt möglich. Weil es ist eigentlich nur die Platzierung egal. Mich interessiert eigentlich nur eins. Aber wer ist denn da rausgeflogen? Ja, das war kein Grip mehr. Oh, Leute. Was ist mit euch los? Ey, wer war das? Nee. Das war ein Team. Manus. Wer war das? Oh, war das knapp, Maxi. Vor allen Dingen, wer war das? Wer ist es weiter? Ich glaub. Ich bin's gut. Oh nein, Maxi. Nils war das, glaub ich. Ja, ich war's. Nils. Nils, ey. Du Typ. Hier wird nur noch mit unfairen Mitteln gespielt. Nee. Du bist rechts rübergekommen. Natürlich, weil links die Leitplanke war. Ja, dann musst du dagegen fahren. Die Welle hat mich perfekt eingedremst für die Kurve. Boah, alter Schwede, ey. Rammt er mich volles Rohr in der Luft weg. Ich fahr so ordentlich, ne? Und dann sowas. Kannst nix machen. Nee, da kannst du wirklich nix machen. Kannst du machen nix. Obst. Jetzt bin ich voll in die ganze Welle geflogen. Kannst du machen das. Fuck nein, nein, nein. Oh Gott. Bist du eigentlich Zweiter? Ich bin immer noch Zweiter. Okay. Boah, so ne Welle ist aber auch echt scheiße. Also jetzt nicht direkt hinter dir, aber... Wenn du einmal in so ne Welle fährst, stehst du jetzt. Ja, ja. Ist wie ein Motor aus. Aquaplaning. Aquaman. Toughman. Toughman. Würde ich mal nicht dagegen fahren, dann ist das gut. Ey, ich bin ja voll auf dem Abgammel siebenten Platz, ey. Das ist der Fuck. Hab heute schon einen Muschatz gefangen. Muss reichen. Einen Muschatz. Muschatz. Muschatz, Krassjasz. Elf Dritter. Ich. Muschatz, Krassjasz. Muschatz, Krassjasz. Oh, 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 oh. Okay, ist vorbei. Uh, doch nicht, doch nicht. Uh, alles gut. Oh Gott, nicht zu weit nach links. Dein nach rechts mal nicht. Ja, super. Was war das denn? Warum legst du da einfach an der Bande ab? Heidalo. Du weißt nicht, doch wieder so ein Mist, ey. Wer ist der erste? Ich. Das musst du hier. Fragst du noch? Ja. Ich muss nur ein Fehler machen. Was macht das? Du erst mal nix? Nee, nee, das entspannt meine Nerven. Okay, ich wurde ausgerechnet vom Wasser. Ich bin voll mit keiner wein gefahren. Können mir auch noch passieren. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Lol. Ich hab die Rampen. Eine geht oder weg? Geht du noch weg? Mann, so ein Cockblocker hier, ey. Ohne Cock. Wen hab ich gerade in der Luft gerammt? Lol, wer ist denn das jetzt noch? Wer war denn das? Wer ist denn da jetzt gerade so verunglückt neben mir? Ich. Du warst das? Ja, ja, ja. Ist schon das ganze Rennse. Ich hab das Rennen für die letzten noch mal ein bisschen spannender gemacht, als ich einen weggerammt hab in der Luft. Ne. Sauber, ne? Hey. Pff. Oh nein, da kam ne perfekte Welle, ey. Die war toll. Da ging mein Auto gerade mal ganz baden. Nicht in die Wand fahren. Ich hoffe, die Meerhexe holt dich. Hey, was soll das? Nicht du, Shigo. Achso. Du kannst einen Winterschick holen. Kannst du Shigo und eine Meerhexe? Es geht um den allgemeinen Ausdruck Hexe, glaube ich. Ja. Wenn man auch gern blau fährt. Jetzt hat der Sachse nicht überholt, nur weil Manus so scheiße ist. Jo, wer sonst? Lange Ruhe vor dir. Es ist halt einfach, wie ich einfach hinter dir fahre und du vor mir dich drisst, wie so ein Brummkreisel, weil du dich nicht mal hinkriegst, gerade auszufahren. Aber es ist echt übel, ey. Oh, das ist scheiße. Also von alleine gedreht hat sie sich jetzt auch nicht. Das muss man dazu sagen. Nein, nach dir, nach dem Crash hat sie sich auf der... Nach dem Crash hat sie sich nochmal gedreht. Natürlich. Und dann... Dafür kann ich an ihr nichts mehr. Ja, ja. Nee. Dafür konnte keiner was. Was ist das denn? Oh, wie geil. Weg, Fly, ey. Komm schon alle. Das war nicht McFly, wer war das? Manus? Nein. Er ist an der Rampe hängen geblieben. Achso, er ist an der Rampe hängen geblieben. Gewinnt der blöde Sachse doch mal. Der Sachse ist beide nicht. Sachse ziel. Was war das denn? Diese Tunnels. Der Osten schnappt es wieder nicht über die Grenze. Boah, wie behindert ist dieser Spruch denn wieder? Ja doch, du hast es doch geschafft. Gerade noch. Ja. Ach, der Heim. Letzter Sekunde fährt er über die Grenze. Wie geht der Soldat am... Alter, was hast du bekommen als Erster? 31.000. Wie viel? 31.000. 26.000 bekommen. Das ging doch nicht gewundert. Wie hat man echte Gegner, Nils? Ich dachte, ich hatte doch gerade... Ich habe 10.000 gesetzt, hallo? Du musst das bestätigen. Ach, leck mich doch. Point to Point. Wenn alle fortfahren drücken, kommen wir weiter. Ganz der Einzige, der beitrittst. Achso, dann habe ich jetzt immer... Das ist aber kein runden Ding, oder? Nee, das ist Point to Point. Okay. Point to Point. Marius, wo bist du gerade? Das gleiche, wie Krabs vorhin hat er. Dein. Loading, 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 loading. Keep loading, loading. Jetzt müsste ich kommen. Oder? Ja. Marius, ist gekommen. Knapp. Ehrlich? Wir nehmen was Cooles. Ja, jetzt nimm die scheiß Gargoyle. Gargoyle ist cool. Ja, wir nehmen alle den Gargoyle. Okay. Nummer 69 natürlich. Natürlich passend zu meinem Outfit. Da ist 69 drauf. So, ich habe 10.000 auf den Dienst gesetzt. Die, 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 die. 90.000. Wo willst du denn die 10.000, der hat, Manus? Kann doch kein echt Geld sein. Von deiner Mutter. Hat sie mir das Taschengeld gegeben. Mitleid, oder was? Ja, klar. Crap, spring nicht an. Wo? Du, wenn deine Mutter bei dir bezahlt, dann ist das doch nicht we like, wie es andersrum wär. Vielleicht. Verstehe ich nicht. Ja, Marius hat das noch nicht verstanden. Der lernt das noch. Im Osten gibt es dem jetzt noch nichts daran. Den, 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 den. Wenn jetzt irgendwer eine andere was hat, Akuma oder Barty, dann ist es vorbei. Man kann hier ja schön die Ketten sehen. bei jedem okay und macht das ding da es geht ja das war das war das bei mir kam es erst viel später an das wollte das oh mein gott 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 leute leute das hat auch gerade aus das hat mir das ding wieder unten gefallen was für klamotten hat man was machst du da ich hab ein herrchen das burger king kostet man ich hole euch mal oh gott straßen laterten ey was seid ihr für behindert hört mal auf jetzt mit dem scheiß hier rechts ey daloo da du arsch ohne mist so warte weg hier ist er reiki bist du voll dann fahren wir nicht mit panzerketten damit man mehr haftung hat aus lass mich doch vorbei in dich schubsen bitte komm komm doch nicht auf der rampe schubsen leute doch gerade da leute falsche richtung warum denn eh behinderte kacke warum er hat nen checkmark vergessen oh so ein schwachsinn ey deswegen fährt der immer vorne mit deswegen fährt der immer vorne mit wir spielen checkpoints ey das ist doch bullshit ey dieses motorrad ist richtig gräßlich ah Shigo wieder muss ich zurücksetzen das geht doch sogar ich fahr nur gerade aus ich mach hier gar nichts das ist wirklich wurscht dann bin ich halt gräßlich was die augen tun ja Shigo hier Tag Team oder was ey Tag Team ja was ist das denn hier Shigo ey was hab ich denn loll engine off oh da kommt ein Zug oh nein auf einer Schiene links oder rechts lass dich entscheiden wenn es langweilig frontal kommt plötzlich ich hab genau gesehen was ihr da machen wollt ohhhh habt ihr Darno runter gemacht ja der Sachse hat uns alle weg gemacht LOL 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 MLG ich bin auf den Kran gehüpft und von da aus weiter auf die Strecke fahr grad raus zurücksetzen sollte instant sein und dann vielleicht sogar noch fahrend ja das wär schön aber alter war die guck schnapp oh oh Anne sorry Mann was lol oh Anne was ist denn mit dir los ey ist der Sachse erst was ne ich bin letzter ich hatte Checkpoint vergessen dadurch hatte ich aber einen Haufen Turbo und hat gedacht ich fahr bei euch vorne einfach weiter mit die Aussis nehmen also nicht die Checkpoints ne 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 das hat mir den zweiten Platz gekauft das funktioniert weil du bist denn ja vom System her letzter fährst schneller wie ihr dann da wohne das gibt es nicht das gibt es nicht das ist doch hier bezogen oh nein das ist der Ziel also ich hab Shigo jetzt Platz 1 geschenkt aber ich sterbe einfach rum oh crap jetzt mach keinen Mist Moppet hoch einmal im Leben Backflip was für ne krasse Strecke ey hätte Shigo mir nicht rausgeworfen ja aber der Sachse hat mich auch rausgeworfen boah so eine Kacke ne ich hätte zweiter werden können und irgendwann kam dann Nils vom achten auf den ersten einmal in meinem packen Leben ja der Sachse hat mich am Anfang erst abgeräumt und dann hat er euch am Ende noch abgeräumt mich auch fast so ja hat vielleicht noch nicht gereicht ok wie wie also jetzt weder Nils noch Nils ist er gewonnen Nils ist er gewonnen doch ich bin er so komm sagst du zieh lost da bin ich auf nen Kran gespürt und dann bin ich noch weiter gehüpft wieder auf die Plattform auf zurück ah die Strecke ist auch geil die war toll die traurige auch Hat gewonnen? Ich. Ich? Nein. Ich hätte auch Autodrive. Das gibt Kohle, Freunde, das gibt Kohle. Das gibt durchaus Kohle. Ja, 2 zu 5, ne? Wieder 4 Mark. Ich hab's jetzt dritter gewonnen. Oh nein, ich hab mit mehr Followern gewonnen, verdammt. Ja, alles super. Alles gut gemacht, Bäumchen. Da wissen du ich, ne? Wahrscheinlich die zweite Strecke, oder? Ja, das war's. Ich muss da gucken, wofür die Gesamtpunkte Manus hat. Ja, da unten neun, okay. Was war Schlechter? Ey, ich bin jetzt weiter, mit der Alu. Ja, 2 zu 7. Wer hat euch eingeleitet? Ich hab' eingeleitet. Danke, dass ihr dabei wart. Schau bei anderen vorbei. Nächste Videoschauung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.